Florian Silbereisen hatte sich in den letzten Wochen merklich zurückgezogen. Seine sonst so lockere und fröhliche Art war durch eine ungewohnte Anspannung ersetzt worden, die seine Fans sofort bemerkten. In den sozialen Medien häuften sich die Fragen und Spekulationen, was den bekannten Moderator und Sänger so aufwühlte. Gerüchte über eine Krise in seiner engen Freundschaft oder mehr? Mit Beatrice Egli schienen die Antwort zu liefern. Du verstehst nicht, Beatrice. Es war bei einer Probe für eine gemeinsame Fernsehsau, als es zwischen den beiden heftig wurde. Du verstehst nicht, Beatrice, rief Florian aus, seine Stimme bebend vor unterdrückter Wut. Beatrice schüttelte den Kopf, sie wirkte verzweifelt. Ich verstehe nicht. Florian, was willst du eigentlich? Ihre Augen funkelten, doch es war keine Wut, die sich in ihrem Blick widerspiegelte, sondern tiefer Schmerz. Florian drehte sich von ihr weg, als wolle er etwas sagen, hielt aber inne. Die Anspannung war beinahe greifbar. Es schien, als habe sich zwischen den beiden ein unüberwindbares Hindernis aufgebaut. Doch was war es, das Florian so sehr verbitterte und wütend machte? In Sieder berichteten, dass Florian und Beatrice immer wieder in hitzige Diskussionen gerieten. Jedes Mal, wenn die beiden aufeinandertrafen, war die Spannung kaum zu übersehen. Doch niemand wagte es, ihnen direkt Fragen zu stellen. Stattdessen wurden Gerüchte laut, dass Florian etwas für Beatrice empfand, etwas, das er nie offen ausgesprochen hatte. Die Wahrheit ans Licht bringen. Ich kann so nicht weitermachen, flüsterte Florian eines Abends zu einem Vertrauten. Die Kameras waren aus, das Studio war fast leer, doch die Worte halten in dem Raum nach. Beatrice, die einige Meter entfernt stand, hörte seine leise Aussage und blieb abrupt stehen. Es war, als hätten diese Worte sie aus ihrer eigenen Gedankenwelt gerissen. Sie drehte sich langsam um und suchte seinen Blick. Florian begann sie zögernd, unsicher, wie sie weitersprechen sollte. Doch er sah sie nicht an. Stattdessen starrte er auf den Boden, als ob dort die Antwort auf all seine Probleme verborgen lag. Die Spannung zwischen ihnen hatte ihren Höhepunkt erreicht, und es schien, als ob nur ein einziger Funken nötig wäre, und das Feuer vollständig zu entfachen. Ein verzweifelter Versuch, Liebe zu gewinnen. Die Medien griffen die Gerüchte auf. Es wurde spekuliert, dass Florian sich in Beatrice verliebt habe, es jedoch nie geschafft hatte, ihr seine Gefühle zu gestehen. Stattdessen habe er seine Enttäuschung und Wut darüber, dass Beatrice seine Liebe möglicherweise nicht erwiderte, in verbitterten Kommentaren und zurückhaltendem Verhalten ausgedrückt. Warum kann er nicht einfach ehrlich zu ihr sein, lautete einer der Kommentare, der in den sozialen Medien viral ging. Die Situation spitzte sich weiter zu, als Florian versuchte, seine Gefühle auf eine Weise zu zeigen, die er für subtil und elegant hielt, die aber bei Beatrice nur für Verwirrung sorgte. Er lud sie zu einem privaten Abendessen ein, doch das Gespräch verlief zögerlich, beinahe unangenehm. Beide wussten, dass etwas unausgesprochen im Raum stand, doch keiner traute sich, das Thema offen anzusprechen. Der überraschend Moment der Wahrheit. Die überraschend Wendung kam jedoch an einem unerwarteten Ort, bei einer Veranstaltung, auf der beide einen gemeinsamen Auftritt hatten, entschieden sie sich, die Konfrontation nicht länger zu vermeiden. Es war während eines Interview-Segments, das live übertragen wurde, als Florian plötzlich das Wort ergriff. Es gibt etwas, das ich seit langer Zeit auf dem Herzen habe, begann er. Beatrice sah ihn überrascht an, doch sie hielt den Blick Kontakt. Die Spannung im Raum war greifbar. Ich habe versucht, stark zu sein, fuhr Florian fort, aber ich kann nicht länger so tun, als wäre da nichts. Die Zuschauer hielten den Atem an. Was wollte Florian sagen? Die Kameras zoomten näher heran, und in den sozialen Medien explodierten die Spekulationen. Ich schätze und bewundere Beatrice sehr, sagte er schließlich, und ich habe versucht, mich mit der Vorstellung abzufinden, dass wir einfach nur Kollegen und Freunde sind. Ein leises Raunen ging durch das Publikum. Florian zögerte kurz, bevor er weitersprach, aber die Wahrheit ist, dass ich diese Freundschaft nicht länger aufrechterhalten kann, wenn da immer dieses Gefühl im Hintergrund schwebt. Beatrice war sichtlich gerührt, doch sie wirkte nicht überrascht. Es schien, als habe sie bereits geahnt, was Florian auf dem Herzen hatte. Sie atmete tief durch, und für einen Moment schien es, als wolle sie etwas erwidern. Doch bevor sie dazu kam, ergriff Florian erneut das Wort. Der überraschend Twist. Was ich damit sagen will, sagte er leise, ist, dass ich es akzeptiert habe. Ich weiß, dass wir nicht zusammen sein können und ich werde das nicht länger in uns hinein projizieren. Es war unfair dir gegenüber, Beatrice. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Die Zuschauer waren verwirrt. Hatten sie tatsächlich darauf gewartet, dass Florian seine Liebe gesteht, nur um zu hören, dass er bereit ist, seine Gefühle loszulassen? Doch bevor sich die Verwunderung ausbreiten konnte, erhob Beatrice ihre Stimme. Florian, begann sie, du hast nichts falsch gemacht. Sie legte eine Hand auf seine Schulter und fügte hinzu, ich wusste immer, dass da etwas war. Aber was zählt, ist, dass wir ehrlich zueinander sind. Sie lächelte sanft. Und ich bin froh, dass du es endlich ausgesprochen hast. Florian wirkte erleichtert, als ob eine schwere Last von seinen Schultern genommen worden wäre. Danke, Beatrice, flüsterte er, und ein sanftes Lächeln umspielte seine Lippen. Ein neues Kapitel beginnt. Die Fans, die sich eine dramatische Liebesgeschichte erhofft hatten, wurden stattdessen Zeuge eines ehrlichen Moments zwischen zwei Menschen, die einander viel bedeuten, aber auf eine andere Weise, als viele vielleicht dachten. Florian und Beatrice bewiesen, dass wahre Freundschaft und gegenseitiger Respekt manchmal wichtiger sind als romantische Gefühle. Nach der Veranstaltung wurden die beiden zusammen gesehen, wie sie lachend das Studio verließen. Es war ein Moment, der zeigte, dass es nicht immer und romantische Geständnisse geht, sondern manchmal einfach nur darum, ehrlich und offen miteinander umzugehen. Diese Geschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli endet nicht mit einem romantischen Happy End, sondern mit einem viel wertvolleren Abschluss, einer Freundschaft, die stark genug ist, und Missverständnisse und unausgesprochene Gefühle zu überstehen.